Was? Runter! Jacobs, rein da! Sofort! Oh Gott. Das ist übel. Jetzt zittern. Hoffentlich werden wir nicht entdeckt. Ein bisschen kann ich mich noch bewegen. Das ist aber wirklich mal makaber. Heftig. Und der Weg mag es nicht mal zu atmen. Nice. Kurierde, hat schon gut. Ich habe die Fäßigung vor Ort. Ich habe die Fäßigung vor Ort. Ist ja auch. Conor, wo seid ihr? Ihr werdet uns zu spät, haltet euch. Wir treffen uns an der Schuhe. Okay. Okay. Das scheinen wir zu schaffen. Sie ziehen ab. Diese Fotos erhielt ich von einem Freund mit Kontakten zum Widerstand. Ich glaube, wir alle haben vermutet, nein, wir wussten, dass Gräueltaten wie diese geschehen. Aber der Beweis ist so schockierend, regelrecht surreal. Wir sollten für diese Fotos dankbar sein. Sie zeigen einen Feind, der uns entmenschlichen will. Aber amerikanische Leichname in eine Grube zu werfen, kann unseren Widerstand nicht begraben. Wenn Erde und Schotter stille Münder füllen, werden wir für sie sprechen und der Welt ihre Geschichten erzählen. Diese Toten haben Namen, solange wir für ihr Andenken kämpfen. Dieses Land wird wieder unser Land werden. In diesem Augenblick plant der Widerstand Angriffe, die zu einem Sieg in einer unserer größten Städte führen könnten. Ich bin die Stimme der Freiheit und verabschiede mich. Okay. Weiter geht's. Da ist der Buch. Und Rihanna. Mach dir keine Sorgen. Seid vorsichtig da draußen. Korna. Viel Glück. Bring sie nach Hause. Werdig. Du leistest gute Arbeit. Ich wünsch dir hier mehr wie dich. Hm. Danke. Fahr vorsichtig. So. Was kommt jetzt? Okay, wir fahren. Aber Rihanna sinkt nicht für uns. Das ist schade. Hey Leute, da kommt der erste Einsatzboot. In Ordnung. Wir werfen euch ab und Hopper richtet sich am östlichen Platz ein. Ich bringe den Lieferwagen zum Haupttor und treffe mich mit den Typen von Gunnison. Wir sind hier. Los, Jacobs. Schützendienst. Nimm das Gewehr. Okay. Der Rest von uns wird nach der zweiten Runde angreifen. Ihr zwei bleibt oben und gebt uns Deckung. Wir machen den Weg für Goliath frei. Dann gehen wir rein und suchen den Treibstoff. Hoffentlich bist du bereit, den Scheißkerl richtig wehzutun. Tja. Mal schauen. Unten bleiben. Ruhe. Na, jetzt kann ich mich bewegen. Schauen Sie, Rihanna. Der Parkplatz ist sauber, aber drinnen könnten noch welche sein. Seid ihr zwei allein? Es kommen noch mehr. Halt dich zurück, bis das Feuerwerk losgeht. Guck mal, Rihanna auf den Hintern. Hallöschön. Hallöschön. Geh weiter. Keine Wisse. Wir warten, bis Connor losliegt. Wenn Sie uns hier hinten sehen, geht alles in die Hose. Ja, das muss nicht sein. Hallöschön. Rihanna kann da rennen. Ich nicht. Okay. Wo läuft sie denn hin? Wir folgen ihr natürlich. Lassen Sie nicht aus den Augen. Frauenpower. Es wird nie einfacher. Los geht's. Los geht's. Da geht's los. Sie kommen näher. Die Kerze. Verstanden. Zünde weißen Phosphor. Boah. Oh mein Gott. Ist das krass. Ich kann riechen, wie sie brennen. Mach ihrem Leiden ein Ende. Ist ja krass. Papa, wo bleibt die zweite Salve? Ich arbeite dran. Scheiß drauf. Wir gehen rein. Alle Teams los. Los geht's. Er... Boah! Okay. Ist das krass, Jungs. Nachladen. Sieht so gar nicht so schlecht aus hier. Was heißt hier Fehlschuss? Oh, oh. Oh nein. Oh Gott. Hat mich fast zerrissen. Komm mal wieder, helfe mir. Los doch! Wir müssen zum Tor! Mir nach! Los! Boah! Oh, verdammt. Der brennt. Wo ist das zweite Geschoss gelandet? Leute, hört ihr mich? Au! Mein Gott. Wird schlimmer und schlimmer. Ist alles okay? Jetzt sagt doch jemand was! Was? Wir wollen erstmal überleben hier. Tut mir leid! Tut mir so leid! Boah! Boah! Den Turm hoch! Los! Es hat geklemmt. Es war ein Unfall. Dein Unfall hat uns fast umgebracht. Flach atmen durch die Nase. Wir haben ein paar Sekunden bevor der Phosphor genug abgebrannt ist, damit wir... Herbert Conner, das ist Scheiße! Die Hälfte der brennenden Leute gehört zu uns! Auf keinen Fall! Hör auf, Lassi! Scheitern ist hier keine Option! Bist du dabei? Ja! Oh! Oh Scheiße! Kampfhubsrauber! Unter! Halte irgendwo fest! Oh! Oh nein! Er kippt! Meine Fresse! Da liegen wir! Und jetzt... Nein, nein, nein! Boah! 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 Ist das krass! Heftig, Leute! Die Scheiße hier wird immer besser und besser! An die Waffe! Wir gehen rein! Alle hinter dem Goliath vor mir! Oh Scheiße! Auf dem Dach! Oh! Auf dem Dach! Er ist! Guter Schuss! Danke! Oh! Oh! Warte mal! Still stehen! Oh! Oh! Da oben! Oh! Da oben! Oh mein Gott, überall Handgranaten. Da ist der Goliath im Weg. Ein Schuss, ein Treffer. Ah, Goliath ist im Weg. Oh nein. Und da noch wenig Muni, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh, da oben. Wo sind sie, wo sind sie? Boah. Nein. Oh, oh, irgendwie. Nein. Boah, irgendwie wusste ich gar nicht mehr, wo ich hingucken sollte. Ach, na egal. Jetzt gibt's auf die Nuss. Oh mein Gott. Wir haben uns um Goliath gekümmert. Drücke weiter. Und so, dass wir es schaffen. Die Goliath sind wieder anders. Komm dir da, komm dir da. So. Gib mir ein paar Ziele. Zuerst mir wieder Handgranaten. Boah, hab ich doch nicht getroffen. Oh man, ich wieder.